hallo er sieht hallo ist nicht mit leben wir spielen heute ein weiteres simpsons spiel von 1993 auf dem gameboy erschienen denkt man dabei sechs ja und der nebenbei aber auch wundert euch nicht das ist tatsächlich nicht die musik und die zu diesem spiel gehört und schmaus once upon a time there was a poor family with a son named part they were so poor that all they had were some old donuts in a cow what good are donuts without milk when they finally ran out of donuts homer told bart to go to sell and sell the code und in his way barth ran into a silly looking man named monty the misser he offered bart some magic beans in exchange for the cow bart said no way man i'll throw in a swing shot said monty cute said bart and he ran off towards home he placed the beans on a table but before he could tell everyone about his great deal homer popped the beans into his mouth thinking they were delicious candy yuck said homer as he sped them out of the window go to your room bart yelled the next morning when bart looked outside the actual story is super he saw a giant beetstock going up into the clouds warm mama said bad that's one giant beetstock grab the slingshot and jumped out of the window und wir legen los ist das nicht oh gott das ist schon wieder so ein spiel also der gameboy konnte durchaus gute jump and runs der könne mir erzählen was er wollte wer jetzt ankommt und sagt nee der war scheiße und konnte nichts der hat leider nicht viel ahnung wie wärst wenn du nicht immer in die gleiche richtung springst wo der käfer ja sagst das wieder so einfach ja wenn das so einfach wäre würde ich ihm tun aber liefen ist es ist es ist looks like warum sieht der der überhaupt aus wie ganz so gute frage ja 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 die ganze zeit überlegt woran er mich erinnert ja natürlich machen die mücken schaden ist ja bekannt ja tatsächlich anderes sagen also spaßfaktor ist over 9000 jetzt sieht euch nicht ganz lustig aus ja das problem liegt wieder in dem detail ja nee so detailhaft ist das gar nicht es liegt an der steuerung die halt einfach wieder infernalische kacke ist naja an der steuerung aber auch irgendwie dir ja am zoom faktor ne ja es ist sehr die kamera ist zu nah dran das stimmt da habe ich auch noch gar nicht aber das stimmt dass du siehst überhaupt nichts was also wenn du hoch springst oder diese ranken hochklettern siehst du gar nicht was über dir ist und überlegt der ist bestimmt wie großes bad hier im vergleich zu dem mario auf dem geiler bestimmt dreimal so groß mario der ursprüngliche mario ja warum verpixel groß ja aber ich meine jetzt schon für den gameboy speziell weil ja ja um das zu vergleichen aber der ja der war nicht der hatte nicht so viele pixel das stimmt schon ich merke auch dass der schwierigkeitsgrad bei diesem spiel schon wieder viel zu hoch ist für die target audience ne guck mal ähm der ball beim original mario auf dem gameboy ne kann zwei oder dreimal springen bevor er aus dem bildschirm raus geht dein slingshot schuss hier entfernt sich gerade mal eine körperlänge von dir das weil die munition so schlecht ist und kein checkpoint bisher der level ist jetzt schon wie lange 1 30 da warst du bei mario schon durch ja und hier nicht mein checkpoint also es ist wirklich es sieht gut aus das muss man sagen auch wenn ich mich frage was mücken und bienen und käfer die wie gonzo aussehen jetzt mit den simpsons speziell zu tun haben ne aber also soll ich mal zählen wie viele pixel mario hat ja mach mal dauer nicht lang höhe fünf oder sechs glaube ich eins zwei drei vier fünf sechs jetzt bin ich gerade beim hals ok sieben acht neun achso und wieder komplett von vorne zehn elf zwölf zwölf oder so achso naja wenn du mal kurz stehen bleiben möchtest nachdem du gonzo getötet hast ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf 13 14 15 und da bin ich gerade mal bei seiner oberlippe ja ok es ist auf jeden fall es erinnert mich sehr an andere sehr schlechtes spiel was wir gerne mal nicht gehen können das ist tatsächlich so anguck auf dem nes oder auch ja das war auch ganz ganz fürchterlich und das hatte ich für den gameboy und da war ich sehr traurig zu ja weil der film cool war der film war saukool auch wenn der irgendwie was mich bis heute wundert finden viele den film total scheiße ich kenne ich ein wenn du naja jetzt wieder sage im internet aber du sagst du wieder aber was sage ich dann nur am internet ich sag nur es hat hat kämpfen ja natürlich ist es das aber eigentlich gerade die hälfte die auf solche filme sie einen abwegst und dann aber trotzdem irgendwie plötzlich bei dem film irgendwie alle sagen und wie der war nix und er war auch nicht erfolgreich also das ist ja ein steve spielberg film aus den neunziger der nicht erfolgreich war nennen wir ein außer hoch der war ja der gott des kilos er konnte ja alles machen ja schon einmal auf cellophane gespritzt neuer steve spielberg film white in black genau ne aber ich meine jurassic park und so das war er war ja schon der magister des kilos in den 90ern ja grundsätzlich ja savi private rein auf 90er ja kann ich alter meine güte na na have a cow man. Ja. Ich find's geil, dass Bart immer noch mit Eat My Shorts irgendwie identifiziert wird, obwohl er das glaube ich in der Serie seit Jahrzehnten nicht mehr sagt. Ja, er hat das sowieso nie oft gesagt. Eins, zwei Mal vielleicht. Game over, dude. Ja. Hatten halt alle Edgy, ne? Äh, Josh, Howl, Tim, Ali, Math, JJM, PCM. Achso, eh, 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 bin ich. Alles klar. Entschuldigung. Ja, gut, Tim, müssen wir uns jetzt nicht sagen. Sorry, nochmal. Ne, das reicht auch. Aber ich, also, Fehler nicht in der Grafik, die ist wirklich gut, aber ich meine, 93 wusste man natürlich auch schon, was aus dem Game rauszuholen ist. Ähm, aber Fehler in der Steuerung, im Schwierigkeitsgrad, in Länge der Level, in Interessantheit des Levels, im Zusammenhang mit dem eigentlichen IP, weil es könnte jeder andere sein hier. Das müsste nicht Bart sein. Das könnte auch irgendwie Springkopf-Hohl-Bein sein und das würde keinen Unterschied machen. Ich weiß auch nicht, warum sie da ein Deck und die Bohnenranke draus machen. Ja, es macht einfach keinen Sinn und ist einfach kein gutes Spiel. Wir gucken weiter, was, achso, ich wollte mal kurz noch vorlesen, äh, was hier steht bei meiner Liste, wo ich das alles her habe. Bart appears in a bizarre Fantasy-Plattformer, based on Jack, ja, based on Jack and the Beanstalk. And yes, of course, Homer is the giant. The music is decent. Äh, das ist gut schabel. But sadly, it doesn't change from level to level. Bart looks like Bart, and it's a catapult attack makes sense. Not so sure about the dynamite mind. But the 8-bit-platforming is basic and frustrating. Not a classic, but I'm sure it has some fans. Ja. Bestimmt, aber nicht viele. Gut, äh, nächste Woche, dann, nee, übernächste Woche mehr Simpsons. Genau. Tschüss. Gut, äh, nächste Woche, dann, nee, übernächste Woche, dann, nee, übernächste Woche. Vielen Dank.